Ich war mal bei so einem Flirt-Newsletter angemeldet, vor zehn Jahren, nicht letzte Woche. Und da hieß es, man soll im Club mit einem Getränk in der Hand, wenn so die Leute einen rempeln, immer so unauffällig an die Frau stoßen, weil die wird dann so unterbewusst, ach so darf man das, stimuliert. Geil auch. Dann sind wir drin im Liebesboot. Das war aber super gut. Ja, man.